Ich hoffe, ihr hattet alle ein frohes Weihnachtsfest. Weihnachten ist rum, der Markt ist wieder dran, allerdings in den letzten Zügen. Gott sei Dank allerdings nur bezogen auf die Jahreszeit. Tatsächlich die letzten vier Tage in diesem Jahr und es ist eigentlich angesagt, dass der Markt nach oben gehen müsste. So die Saisonalität, so die Erwartungshaltung, sowas wie Jahresendrallye und tatsächlich auch der Chart spielt da offensichtlich ganz gut mit. Was wir sehen ist, dass der DAX-Index im Moment wunderbar nach oben unterwegs ist. So weit, so gut. Ich habe immer noch so ein bisschen die Restsorge, dass der Markt eigentlich sowieso, wir haben hier steigende Tiefs, wir kriegen da noch steigende Hochs, anschließend geht es da runter. Ganz abwegig ist das tatsächlich nicht, denn die Bewegung, die wir jetzt hier an der Aufwärtsseite haben, ist nicht das Tollste, was es gibt. Warum ist es nicht das Tollste? Entweder wir haben von hier eine Aufwärtsbewegung, dann ist die dreiwellig. Das ist ein Zeichen für Korrektiv. Das kann dann nicht sein, dass der Kurs so weiter nach oben geht eigentlich. Oder aber wir müssen dieses hier auffassen, als wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Bewegung. Ja, dann ist das aber überschneidend. Das wiederum wäre durchaus möglich, nämlich im Rahmen eines sogenannten Leading Diogenals. Beispielsweise, die sind nur statistisch nicht so häufig. Deshalb irgendwie habe ich den Eindruck, will der DAX nicht noch mal runter? Das ist jetzt aber keine Ankündigung. Es ist nur so eine Restsorge, wo ich sage, so verhalten sich Marktteilnehmer nicht, wenn sie richtig Bock haben. Gut, jetzt kann man sagen, da war ein bisschen Weihnachten da mit dabei. Das könnte sowas hier wie eine abgebrochene fünfte Welle sein. Naja gut, sowas gibt es alles. Also wollen wir das mal nicht schlecht reden. Der Teil gefällt mir super. Und da kommen wir jetzt zu der Geschichte, solange diese Bewegung jetzt in diesem Sinne so toll unterwegs ist. Also die Aufwärtsbewegung stark, die Abwärtsbewegung wackelig. Also dieses Klassische geht auch dreiwellig. Also Aufwärtsbewegung stark, dann dreiwellig runter. Das gibt es hier natürlich auch. Wenn es das hier gibt, Trigger hier, Fortsetzung vorläufig nach oben, scheint dann eine vernünftige Lösung zu sein. Also ich würde da jetzt noch nicht so richtig schlecht drüber reden und in dieser Woche jetzt eigentlich sowieso nicht. Naja, zumindest mal die Geschichte lehrt uns, dass das jetzt eher positive Stunden sein sollten, noch bis zum Jahresende. Ich sehe jetzt keinen Druck auf der Abwärtsseite. Warum soll das sich jetzt hier ändern? Im Gegenteil, nur wenn der Markt jetzt irgendwie krass runterkommt und ganz wichtig, ganz wichtig, das vergessen immer viele, wackelig nach oben. Also sprich, diese Dynamikrichtung sich gewendet. Hier seht ihr das, da sind wir noch relativ stark nach unten. Dann machen wir es mal ein bisschen hier stark runter hier. Dann sind wir ABC nach oben stark runter. Gut, hier war das ein bisschen komisches Wackeln stark runter. So und das ist allerdings konterkariert worden durch stark nach oben und ABC nach unten. Das heißt, ihr seht, es gibt natürlich irgendwann mal einen Richtungswechsel. So, das kann ja auch sein. Also wenn das hier passiert und dann wackelig hier hin, also ABC oder wackelig, dann wäre das eben die tatsächliche Drehung. Und dann müssten wir mit Tiefer noch rechnen und vielleicht sogar tatsächlich die 14.300er Marke da so in etwa dann doch nochmal. Aber im Moment ist das eben nicht zu erkennen. Jetzt ist es spannend zu sehen, solange es hier in dieser nächsten Zeit wackelig runterkommt, alles safe. Im Gegenteil, sogar nochmal lang einkaufen. Wenn der Markt jetzt schubmäßig nach unten kommt, dann gucken, ob dann wirklich die Gegenrichtung nicht doch korrektiv ist. Gucken wir auf die Amerikaner. Da ist es beim Dow Jones nahezu ähnlich, nur dass der hier im vorderen Bereich sogar noch schicker aussieht. Warum? Weil wir hier ja nach wie vor diese Fünffälligkeit haben. Einmal das, dann hier diese ABC-Geschichte und jetzt die Geschichte, auch wenn er jetzt hier wackelig runterkommt. Alles safe, alles super. Danach sieht es aus. Es ist im Moment das, wie ich denke mal, präferierte Bild, dass wir früher oder später mal eine Korrektur kriegen. Das ist alles safe, aber das lohnt eigentlich oder lockt eigentlich eher nochmal neu einzusteigen, dann nochmal zu erweitern. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten sind da sogar noch viel größer. Also insofern, das wäre etwas, was man da im Hinterkopf nochmal halten sollte. Aufwärtsrichtung vorläufig, die wohl sinnvolle. Auch hier Aufwärtsrichtung beim S&P 500 und was erzähle ich beim Nasdaq, ebenfalls Aufwärtsrichtung aktuell die richtige. Und wenn ihr wartet auf diese großen Rücksetzer, was heißt denn große Rücksetzer? Das ist dieses klassische FIBO-Bild, so ein Klassiker, machen wir es mal hier unten fest, so zack. Und dann habt ihr so einen FIBO-Rücksetzer, der sollte ja klassischerweise so in diese Zone hier reinlaufen, 38, 50, 61, 8. Das müsst ihr gegebenenfalls selber zeichnen. Ich weiß ja nicht, ob hier das hoch bleibt. Also das ist jetzt keine Ankündigung. Der dreht jetzt heute Nachmittag um Himmelswellen. Aber wenn er das tut, das kann hier jetzt, kann in dieser Minute passieren, das kann in einer Stunde passieren, kann in drei Tagen passieren. Aber wenn das passiert, dann nehmt eben diese Fibonaccis und zeichnet sie dort an, quasi vom Tiefpunkt bis zu dem dann vorliegenden Hochpunkt. Und dann habt ihr so eine Groborientierung, wo er hinfällt. Ja, aber was ist, wenn er das jetzt nicht macht? Dann haben wir zumindest mal die Chance, hier auf den kleineren Zeitebenen nach diesen kleineren Rücksetzern zu suchen. Also für all diejenigen, die jetzt sagen, ach, jetzt ist schon wieder ein paar Meter gestiegen hier hoch. Ja gut, das hängt von der Bildschirmgröße ab. Aber ein bisschen nach oben gestiegen jetzt hier. Und wenn er dann jetzt wenigstens im Kleinen dieses Wackelige macht, ja, oder dieses ABC-mäßige. Manchmal sieht man das mehr ABC, manchmal ist es, ja, hier ist auch eher ABC. Manchmal ist es mehr so ein Hin- und Herwackeln. Das ist eigentlich egal, aber es ist ein klares Schwächezeichen, was die Dynamik angeht. Das ist eine starke Dynamik, auch sowas sind starke Dynamiken, sowas sind starke Dynamiken, sowas sind starke Dynamiken. Und wenn die Gegenseite schwach ist und, wie gesagt, dann triggert, naja, gut, dann in Gottes Namen, dann warum nicht nochmal vielleicht auf der kleinen Ebene einsteigen. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich bin da sehr zurückhaltend, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich da keine Zielberechnung habe. Das ist aber mein Problem. Ich mag immer gerne ein fixes Ziel haben, wo ich sagen kann, da kann ich drauf hinarbeiten. Wer aber sagt, naja, Ziel habe ich nicht, außer to the moon, der kann natürlich sagen, naja, die Richtungsvorgabe haben wir ja durch so eine korrektive Bewegung und dementsprechend ist es vielleicht dann doch nutzbar. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr die nächsten Tage nochmal schön was mitnehmen könnt. Bis zum Ende des Jahres sind ja nur noch wenige Tage. Euch jetzt für den heutigen Tag jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.